Okay, wie die Mojo-Kommentaten sagten, Round One Fight. Ja, da seid ihr. Diesmal werdet ihr ja nicht so leicht davon rennen. Oh, du wüsstest. Naja, ach, das hier... viel Ärger. Wirklich? Denkste? Das ist so einfach. Oh, was geht hier diesmal vor? Wir hängen ja fest. Warum? Warum? Ja, ich bin kein... Schauspieler. Ich kann mich nicht dazu bringen, etwas zu sagen, was nicht stimmt. Was zum... Ey, genau, was ich sagen wollte. Was zum Teufel. Ah, Wasserelement. Ihr müsst mich fragen. Um Erlaubnis bedienen, damit ihr hier durchpressen dürft. Was? Warum? Warum nicht? Das Aquerelement, ich darf das. Weil ich euch nicht reinlassen werde. Los, scheint eure Maniere. Das ist ein bisschen seltsam. Nein, ich hab nix dagegen. Das fragt ihr. Jupp, das Ding ist ein bisschen seltsam. Tja, egal. Fragen sie nicht nur. Und jetzt fragt ihr doch endlich. Was? So, ihr wollt also nur, dass wir ihn um Erlaubnis fragen für euch? Das ist alles? Jupp. Okay, würdest du uns bitte durchlassen? Nein. Was? Warum? Wir müssen den selben Tonfall nehmen, den ihr eine sexy Frau machen würde mit ihrem Mann. Okay. Wie wär's, wenn wir stattdessen eine Axt nehmen und sie in die Fresse hauen? Und das tausendmal oder so. Eine sexy Frau? Warum sollten wir das tun? Wir haben bereits nett gefragt. Ah, genau. Du musst mein Herz berühren. Du musst mich verfügen. Wenn das nicht genug für euch ist, um hier durchzugehen. Tja, ja. Auf jeden Fall, ihr müsst mich dazu bringen, euch durchzulassen. Verstanden. Ah, ich sehe, was wir nicht jetzt so machen wollen. Hello there, you giant hangover of masculinity. I rally one. No, I need. You two let me through here. What you will let me do, ne? Ah, ja, 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 klar ey. Bis zu dem Zeitpunkt war es noch ganz gut, aber ei, 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 ei. Okay, hier sind wir wieder in Comedy Central anscheinend. Und weiter geht's. Los, Sarin, vergifte ihn doch einfach mit der Hände. Bitte. Okay, du darfst durch. Aha, interessant. Das ist halt, ich programmiere also für sexy. Das muss ich mir aufschreiben. Und dann zusammenknüllen und wegwerfen. Ich glaube, wir lassen. Wow. Ja, ihr könnt nicht glauben, dass das tatsächlich funktioniert hat. See, ich sag doch, das ist einfach. Ihr müsst einfach die Macht einer Frau benutzen, um einem Mann dazu zu bringen, euch zu helfen. Oh ja, Lady Sexismus. Vielen Dank. Wiesen Tipp. Okay, und was sollte ich jetzt tun? Denke nicht. Tu einfach los. Und wenn du hier durchgehen willst, frag mich für eine sexy Frau und überzeuge mich. Das ist alles. Sollte ich? Okay. Hier werde ich nicht ausprobieren, wie die andere Option ist, weil hier gibt's nur eine. Nein, das kann ich nicht tun, das kann sie nicht tun. Oh ja. Es sei denn so, als könnte ich andere Leute nicht verführen. Das ist auch nicht deine Aufgabe. Vielleicht könnte dein Guardian-Biester einen besseren Job machen. Was, ich? Na ja, es ist ein Versuch wert. Sei nicht albern. Warum sauber hab ich? Warum muss ich das tun? Bitte, helb mir. Du bist mein Guardian-Biester. Was soll dieses Gesabbel? Nehmt einfach eure Axt und hackt das Viech in Stücke. Ich meine, die anderen Monster habt ihr auch nicht gefragt, ob sie bitte aus dem Weg gehen sollen. Tja, dann muss ich eben los und dich retten. Mich retten? Ja, genau. Hilf mir, Diener. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich werde dich beschützen, wenn sowas passiert, Master Ariel. Ich zähle auf dich. No. Here we go. Oh yeah, 3. Oh, es macht mich heiß. Hey, sexy. Warum lässt du uns nicht einfach durch, hier? Du weißt, du willst es. Ich weiß, du willst es. Genau, oder? Oh ja, oh ja. Ich weiß, du willst das. Ich weiß, dass du willst sowieso. Und jetzt verheddert sich mein eigener Gedanke bei dem Versuch, das zu übersetzen. Was zum... Das ist einfach durch. Männlicher, Mann. Okay, jetzt kannst du mich fragen. Oh, er hat es ignoriert. Oh, komm. Wir haben unser Bestes versucht. Ach. Egal. Es ist mir egal, wie hat ihr das versucht. Es interessiert mich nur, weil es funktioniert. Oh, nein. Wie kannst du es wagen? Du wirst sexy nicht mehr erkennen, wenn es dich von oben oben auf den Kopf steigt und zuschlägt mit einer Axt. Ach, jetzt reicht's. Jetzt machen wir ihn fertig. Was? Yeah. Dieses sexistische Verhalten kann ich nicht mehr aushalten. Hier ist meine Axt. Oh. Ich werde euch nicht bekämpfen. Was? Ich bin ein extremer Pazifist. Ich kämpfe überhaupt nicht. Dieser Speer ist bloß Dekoration. Tja, das wäre ein Schwächling. Na gut, wenn ihr hier trotzdem durchgehen wollt. Fein, aber ihr müsst mich zuerst umbringen. Oh, nein. Wenn ihr mich nicht töten wollt, dann werde ich mich mit dieser Harpune selbst aufspießen. Jetzt hör auf damit. Ja, ist ja schon gut, ich verstehe. Hier ist sie. Ihr könnt nicht jemanden bekämpfen, der nicht aufhalten will. Ich bin ein Mann der Ehre. Darum kann ich ihn einfach auch nicht aus dem Weg räumen. Ich kann auch keine Frau dafür fragen, für mich die Mörderin zu spielen. So scheint, als würden wir beide hier feststecken. Ja, aber ich muss wirklich zu der Dämonenklinge kommen. Tja, denn wir sind die Trask like a sexy woman. Was zum Geier, es steckt mir unter einer Decke oder was? So, was wirst du tun? Ach, Deiner. Ich würde es nicht schon wieder versuchen. Niemals wieder. Wirklich? Bist du dir da sicher? Yep, das bin ich. Ah. Weißt du was? Und das ist was? Jetzt Ariel. Denk über den Unterschied zwischen uns und Sari. Mal, du meinst Sexappeal? Sexappeal. Schnauze. Na, das ist ein Teil davon, aber das ist nicht das, was ich meine. So, aber du stimmst dem Sexappeal-Teil zu. Der Unterschied zwischen uns und Sari ist... Kleidung! Aber Sari, sie hat keine, ich meine... Wir brauchen sexy Kleidung! Ah! Oh nein! Och, komm, nein! Oh! Wie schlimm wird denn das noch? Okay, nur die Ruhe. Wir schaffen es durch diese Pseudokomödie. Ah, jetzt sehe ich. Wir müssen einfach nur schlampiger handeln, nicht wahr? Genau. Du hast es verstanden, also lasst uns bereit. Und da, rennt er weg. Ah ja. Schau und... Das ist weg. Oh nein! Er scheint nicht zu verschütteln, was es meinte. Was es heißt, sexy zu sein. Ja. Aber ich kann nicht weniger sexy sein als ein Mann. Ich muss diese Dämonen-Kling holen. Und wenn ich den Programmierer erwische, der den Scheiß geschrieben hat, dann werde ich ihm meine Axt in den Arsch rammen. Okay, beruhig dich ein bisschen. Du musst darüber nachdenken, wie du mehr sexy sein kannst. Was soll das heißen? Warum fragst du nicht jemanden... Für Tipps, wie du mehr, wie du mehr, besser... Ach, wisst ihr was? Ihr wisst, was ihr bereit ist. Ja, ich habe nicht mal irgendwelche sexy Klamotten. Aber wen sollte ich fragen? Hm, wie wär's mit Löwen? Tata, Tatjana? Naja. Sie sollten wir nicht fragen. Hm, ich sehe. Ich glaube auch nicht, dass Tatjana helfen würde. Dafür ist sie jetzt viel zu gut. Ich würde mit dem Scheiß nicht mitmachen. Außerdem haben die Programmierer sie nicht bestochen. Anders als den. Also machen wir uns auf den Weg zu ihr. Okay. Programmierer? Wirklich, ihr habt mich schon wieder überrascht. Im negativen Sinne. Okay, hilft alles nichts. Mit Magie zum Ausgang. Los. Zap, zap, zap. Okay, das war der Wasser-Dungeon. Versuch 1. Oder will ich ihn jetzt nennen, den Comedy-Dungeon. Ach ja. Oh, was sieht so aus? Was geht vor? Ihr schaut so ernst rein. Oh, Nina. Du hast nicht zufällig irgendwelche sexy Outfits? Oder? Was? Ein sexy Outfit? Jedes Outfit, das ich hier trage, ist sexy. Silly. Diese Klamatten... Äh... Diese Klamatten... Oh mein Gott, ich bin nackt. Schau weg, du Perversin. Oh, bitte. Ähm... Sollte das lustig sein? Ha! Witzig. Aber ich bin ein Geist. Ich trage überhaupt nichts. Natürlich könntest du sagen, das ist das sexieste Outfit von sie in allen. Ja, ich denke, etwas Seltsames geht vor. Äh, Ariel? Oh, ich sehe, Gabriel kommt aus Kanada. Hä? Hä? Ah, versteht sowieso keiner. Ach, Gabriel. Woher weißt du das? Ach, come on. Es ist nicht so, als würden Leute herumlaufen und komische, zufällige Geister fragen, ob sie irgendwelche attraktive Klamotten haben. Irgendwas muss wirklich komisch sein. Wenn du einfach so hierher kommst, um das zu fragen. Ich nehme jetzt mal einfach an, dass du mit seinen guten Ohren so die drei Türen weitergehört. So, was ist zu euch bei euch passiert? Also gut, Lynn und so weiter. Hm, ja? Ich muss sexy Klamotten von dir ausleiten. Was? Irgendwie ist das die gleiche Reaktion, die es wahrscheinlich jeder Spieler hatte, der zuerst so weit gekommen ist. Ich muss sexier werden. Nein, musst du nicht. Glaub mir. Wirklich, das verschwendet nur kostbare Zeit. Lynn, hast du mich gehört? Ja, ja. Du musst sexy sein. Genau. Oh. Meinst du das ernst? Nein, ehrlich nicht. Aber das Spiel zwingt mich dazu. Wirklich? Ha, das ist wirklich witzig. Ja, würde man meinen. Ich denke, Ariel sagt die Wahrheit. Um da die nächste Dämonen-Klinge zu kommen, muss ich mich selbst sexier machen. Und ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Ich muss uns wie eine sexy Frau handeln. Oh, ihr werdet dafür sterben, Programmier. Seht mein Gesicht? Das ist mein wütendes Gesicht. Das ist das Letzte, das ihr in eurem Leben sehen werdet. Hey, Diner. Geht es Ariel gut? Ich scheine so wütend auszusehen. Tja. Was zum Teufel geht hier Vorsicht? Was stimmt mit euch nicht? Um euch die Wahrheit zu sagen. Da ist diese Beschwörungskreatur in einer Höhle, wer die Dämonen-Klinge rumliegt. Es lässt uns nicht durch, solange wir nicht wie eine sexy Frau sprechen können. Und dann erklärt sie den ganzen Rest. Und er spart uns damit eine halbe Stunde weiteres Gesammel. Okay. Und da ist wirklich kein anderer Weg herum? Ihr müsst es fragen. Aber wir könnten es... Naja, ich muss den fragen... Uuuh, ihr wisst das ja alle schon. Und nein, leider bin ich viel zu nett, um ihn einfach umzubringen. Ah. Du solltest ihn umbringen. Tja, ihr seid wirklich seltsam. Ich hätte ihn einfach umgebracht. Tja. Wir hätten es ja auch gern getan, aber das Skript ist uns im Weg. Die Option gibt es hier nicht. Ha. Ihr Witzbolde. Dachte ich, das wäre ein Western-RPG oder sowas? Seid ihr dumm. Ha. Da hast du recht, Gabriel. Als hätten wir hier eine Chance. Nein, ich muss sexier sein, weil die Programmierer es so verlangen. Bitte, Lynn. Ich muss irgendwas tragen, das dir gehört. Weil die Programmierer aus irgendeinem Grund glauben, dass das automatisch sexy ist. Na gut. Du kannst es haben. Aber du brauchst mehr. Als bloß tolle Kleidung. Hm. Was meinst du damit? Hm. Wie kann ich das sagen? Ja. Du weißt, dass man ein Buch nicht nach seinem Cover beurteilen kann. Richtig? Sexiness wie Schönheit ist nicht bloß die Außenseite der Hau. Es hat auch eine Menge damit zu tun, wie du an der Innenseite bist. Das stimmt. Es ist ein gutes Ding, dass ich so sexy an der Innenseite bin, als auf der Außenseite. Und, oh Gott, nein, Hilfe, die Blödheit, er schlägt nicht langsam. Oh, ich bin nicht wirklich gut. Ey, yep. Und alle männlichen Spieler bis zu diesem Zeitpunkt lachen entweder sich schlapp, weil das so flach ist, oder... Ach, egal. Warum denke ich überhaupt danach? Ach, ah, darüber nach. Ah. Hau, wie kann ich verändern, was ich bin an der Innenseite? Hm, Pro-Tipp. Das musst du nicht. Ja, da musst du eine Lady fragen, die mehr... Noch sexier ist als ich. Oh Gott, nee, ey. Ist das wieder so ein Trick, um das Spiel zu verlängern? Oh, nein. Aber du bist so viel sexier als ich, Lin. Bitte, ich muss es wissen. Oh, wirklich? Denkst du wirklich? Ich bin so sexy. Ich tue es, wirklich. Wirklich? Bist du sicher, Dina? Stimmst du zu? Ja, ja, ich sage, ich bin sicher. Aber bloß, weil ich genau weiß, dass es das, was du hören willst. Nein, okay, dann. Och, bitte. Okay, ich werde versuchen, zu helfen. Yay, danke. Ah, ja, ist ja gut. So ist immer toll, die Helfen zu dürfen, Ariad. Los, sag mir, was ich zu tun habe. Und als erstes... Als erstes? Willst du mich mit zu dieser, äh, Beschwörungskreatur bringen? Was? Wovon redest du? Ich denke, wenn ich sexy genug bin, statt dir zu scheiden, wie du sexy sein kannst, ist es vielleicht einfacher, da hinzugehen und die Beschwörungskreatur selbst zu tragen. Hm, das sollte... Ja, das könnte funktionieren. Und es würde uns eine Menge Arbeit ersparen. Aber wenn du... Wenn ich das mache, willst du es gefährlich sein? Ja, warum sollte ich mir da Übersorgung machen? Du wirst mich beschützen, nicht wahr, Ariel? Ja, ich schätze, das stimmt. Ha, siehst du das, Xeride? Wow. Das muss die Sexiness sein, über die wir gesprochen haben. Sie hat Ariel um ihren kleinen Finger gewickelt. Auf diese Weise wird es für dich möglich sein, an dieser Kreatur vorbeizukommen. Und ich muss dir nicht beibringen, wie Ariel jemand sexy sein muss. Ja, aber... Na gut, das ist dein Deal. Nun, bring mich zu diesem Mann, Ariel. Natürlich, sicher. Wow, das war erstaunlich schnell und schmerzlos, abgesehen von dem Herz- und Hirn erweichenden Dialog. Okay, gut. Wie ist der Status unserer Truppe? Und was sagt der da? Clockknight. Okay, Uhrenritter. Das ist ein Bett. Ach, das meintest du. Okay, dann ruhen wir uns jetzt mal aus. Ah, gute Nacht. Ah, erfrischend.